Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sensor Survivor wieder hier. Und ja, was habe ich heute für euch? Einen bunten Potpourri aus den Mitschnitten meines Streams. Und mit Potpourri meine ich nicht das Gefäß, das im 18. und 19. Jahrhundert benutzt wurde, um den Raumduft zu verbessern, indem man darin ältere, wohlduftende Pflanzenteile platziert. Nein, ich meine diesen Potpourri aus der Musik stammend, in dem bereits bekannte Melodien wohl oder weniger wohlklingend aneinandergereiht wurden und ja, da die Ohren erfreuten und jedermanns Herz erwärmen. Falsche Seite. Auf die Hauptbahnhof, von Bohr. Unsere Laufrichtung links, ich glaube links. Legen gerade Granaten hoch. Ich folge dir. Aber das war nicht unser Fight. Oh, ich dachte, der hat auf dich geschossen. Ja, irgendwie in meine Richtung, aber... Oh, du hast vielleicht den Kollaboralschaden. Mhm. Bin ganz unten am Plus. Okay. Wollen wir schnell rüberrennen, oder? Können wir tun. Jo. Wo? Haben gehittet. Hinter dem Waggon oben. Der Umgekippte. Minus. Ist noch einer? Ja, einer lebt noch. Wo ist der? Auch hinter dem Waggon einer Mauer. Ich habe einen umgebracht, das warst du nicht, oder? Nein. Okay, dann habe ich jetzt zwei. Der kommt jetzt von links, wo wir hergekommen sind. Ist der hängen gerannt? Immer noch einer. Ich habe da schon zwei. Ja. Wo bist du, Klaus? Ich liege oben und bei dem Bahnbleiben, wo man den Zug hochgehen kann. Hast du eine Mosin? Nein, ich bin tot. Der Schuss kam von hinten, oder? Mhm. Ich musste da weg. Ich musste mich halen, sonst wäre ich verbutet. Ey, da habe ich doch auch auf dich geschossen, Alter. Echt? Da oben der Sniperste. Ja. Wo? Auf dem Turm? Oben auf dem Turm, auf dem Turm, ja. Oh ja. Er ist weg. Warte mal, ich kann ja mal gucken in die Quest. Task. Ich habe erst. Ja, doch. Doch, doch. Wir hatten zehn. Drei im ersten, sieben im zweiten. Und jetzt den Sniper. Und jetzt den Sniper. Oh ja. Hier, linker Hand irgendwo. Ich habe ihn gesehen. Ja, ich sehe ihn auch. Alter. Hä? Minus? Ja, aber er fiel um, als ich auch nicht mehr geschossen hatte. Mit den Bären aufbinden wollen. Draußen rennt noch was. Läuft was? Ja. Der kommt auch, der kommt zum Eingang. Rann, lass mich raus. Sauber. Ich bin am Versteck, ne? Okay. Oh, pass auf. Oh, da liegt er schon wieder im Dreck, ey. Echt? Hm. Spieler? Hm. Fr. Jakob heißt er. Mit PS-Money, ey, ich glaube es nicht. Ich habe ihn. Sauber. Er hätte sich nicht hinter den Zaun stellen sollen, wo man seine Butterbeinchen durchsieht. Da dachte ich, hm. Gibt mal Gas auf den Zaun. Und dann brach er zusammen wie vom Blitz getroffen. Ja, und er meint jetzt so ein bisschen Cheater. Ich kann nämlich sehen. Ja. So. Beutel wieder so. Der Cheater, den zeige ich an. Ja. Voll in der Ecke. Den sieht man da so gut wie gar nicht. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Kannst ja bleiben, Beutel. Ja. Sehr gut. So, wo wollen wir hin? Kannst du touchen? Warum sind ja auch keine Scaps? Ich verstehe das nicht. Das ist noch zu früh. Da kommt was. Ja. Es sind zwei. Zwei. Einer kommt hier. Minus. 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 Achtung, Flash. Vom Wurf. Ne, ich hab die geworfen. Der Typ ist rechts, ne? Der ist rechts. Oh, ich bin tot. Scheiße, ich hab ihn nicht gesehen. Der sieht nur so aus, glaube ich. Das ist, glaube ich, nur so eine schwarze Spalte. Ja, sieht echt so aus, oder? Doch, jetzt ist er da. Jetzt ist er da oben. Jetzt ist er da. Ah. Ja. Gerade gespawnt. Siehst du, Matze? Jetzt verküsst er sich ins Dunkle, Alter. Idiot. Der ist da. Achtung. Der hockt. Er liegt. Hat sich hingelegt. Okay, ist down. Wirklich? Ja. Aber man kann sich ja wieder... Alter, ist denn mit meinem Spiel los, ey? Warte mal, warte mal, warte mal. Wo kommen jetzt denn die Sniper-Schüsse her? Die sind oben am Ressort. Das geht uns eigentlich nichts an. Ne, ne, ne. Jetzt sind auf mich, auf mich, auf mich. Der muss oben, drüben, hinter Rockpässe gespüssen. Ne, da ist ein zweiter Sniper-Gestformt. Oben auf dem Felsen. Oh, Alter. Jetzt so, Jonas. Ja, ich auch. Ach, Niklaus. Nein, was ist denn los mit dir? Ja, vom Sniper. Dann versteck dich doch, wo liegst du denn? Ach, hier. Ich hab mich versteckt. Ja, im Schatten auch. Oh, Junge. So komm ich wieder zu meinen Waffen. Ja. Und einem Rucksack, wunderbar. Der arme Klaus hat keinen Cent mehr auf dem Konto. Hinter dir. Okay. Au. Was? Richtig erschossen. Schießt auf mich. Was? Ne. Ach, Mensch, Alter. Ich leb noch, aber... Ich hab geschossen. Ich dachte schon, ich hab dich... Oh, Alter, hab ich mich jetzt erschossen. Hier liegt ein toter Spieler. Bist du schon vorne am Bunker? Ja. Ich komm rüber zu dir, Benji. In meine Bude. Das Dach in der Küche konnte ich nicht aufheben. Ich keine Ahnung, was da los ist. Scaf, Scaf, Scaf irgendwo? Ja, hinter mir war der. Hast du ihn erschossen? Ne, ich hab nicht geschossen. Ich komm runter. Bei mir hier rechts läuft auch noch was hier, bei Benji auf dem Grundstück. Ui. Wo ist der? Am Fenster hab ich den gerade gesehen. Ja, warte. Ich komm rum. Ich kriegste den aus, den hin. Was mir nix gefst. Ihr habt aber schon gehabt. Und schon schießt man hier weg. Ne, ich hab nicht geschossen. Ach so? Ich hab auch nicht geschossen. Wer hat da nicht geschossen? Der muss doch irgendwo sein, der muss doch irgendwo sein, Scaf. War das jetzt ein... Warte, du hast keinen Helm aus, ne? Alter, was ist mit ihm? Hast du Hilfe? Kommt der gerade rein bei mir? Ja. Was war mit ihm, Alter? Er war aus Stahl. Er war aus Stahl. Ja, hallo. Fällt der aus? Hey, hört auf. Hey, na gut. Legen hier mal meine... Ich will ja noch was von rechts. Und hi, Evil Knight. Wer ist denn das mit der Pumpgun ohne Helm? Ich. Wer sonst? Aber ich hab ja dem ganzes Magazin gepumpt. Was war denn mit dem nicht richtig? Ja, zum Glück. Bei dem hab ich den schon angehittet. Äh. Ich hab dich fast umgeschossen. Wegen ohne Helm und so. Ich muss erst mal kurz hier klippen. Ja, aber ich seh doch trotzdem nicht aus wie der leibhaftige Skeff. Ja, das ist gut. Auf dich hat er auch keiner geschossen. Ja, doch. Der Beude wollte. Er war schon kurz davor. Ja. Ihn hat's gejuckt. Ja, aber er hat's auch nicht gemacht. Er wollte, Klaus. Und das reicht schon, um mich wieder zu tränen, zu rühren. Wo seid denn ihr? Ich bin in den Container drin. Hm? Ja. Auf alle Fälle funktioniert's hier besser als bei... Äh, da steht einer auf der Straße. Geff, geff. Was? Ja. Äh, da muss man ja alles leer schießen, weil... Damit man derjenige ist, der ihn umlegt, alter. Die können dir nicht mal die fünf scheiß Geffs, alter. Damit ich endlich mal... Achtung, ich bin am Durchgang. Ich bin am Durchgang. Die sind alle schon zu weit mit dem Level, verstehst du? Die können dir diese Verfickten Scheffs nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wir können sie von mir aus ausnehmen. Echt, das machen wir eigentlich auch alleine. Alleine. Das kann ich machen. Ich bin ja mal in der Bushaltung, da bude drin. Ja. Wormatze, wir gehen Richtung Danke. Du sagst, das Klaus. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Äh, wartet mal. Quasi. Klaus, komm runter zur Richtung Tanke. Komm, Benchy, lass uns mal. An der Mauer entlang, oder? Oh. Oh, oi, oi, oi. Ja, vorne ist ein Scheff. Rüttchen, rüttchen. Ja, ja. Zwei Scheffs, zwei Scheffs. Okay, ich hab ihn. Einer ist noch an der Mauer. Einer ist noch an der Mauer. Ich bin draußen an der Mauer. Nein, ein Scheff. Oben. Und einer steht da. Au, der schießt den Scheißkäffs, das mach ich. Alter, wir tun da rum. Alter, was ist mit dem Speck? Ich bin in Ordnung. Der ist immer noch oben an der Mauer. Ey, was hat dieser Dreckskäff ausgehalten? Ich bin jetzt am Kiosk, ne? Jetzt musst du auch mal nach Klipp nehmen.